Jetzt schladen, es geht los. Nur im Haus ist scheiße. Und? Muten! Das ging ja flott. Das ging echt fix. Das ging echt schnell. Nix. Du bist tot. Ich bin erst zurückgelaufen und bin dann... Hast du ihn aus Versehen getötet, ja? Nein. Aus der Health Report. Weil ich halt gegengerannt bin. Ähm... Aber... Ich... Jetzt muss ich... Ich weiß es nicht, ob die Nina ist, aber da war Nina. Ich hab den Game-Mennicken auch eben gesehen. Und? Das ist Nils, ja. Ähm... Eine Navigation oder was? Also du warst schuldig direkt irgendjemand anders. Navigation... Also ich hab erst oben hier den Automaten gemacht. Kackt in der Cafeteria. Ne, nicht Automaten. Das... Blätter-Dingsbums da, wo ich mal ziehen muss. Und ich hab's verkackt. Ja, ja. Jetzt kommt's zum Punkt. Wo hast du den jetzt gefunden? Und dann bin ich rüber zum Cockpit gelaufen. Und da... Lag schon denn nicht. Kann man denn die Aufgaben verkaufen? Nee, da lag doch gar nicht endlich, weil ich hab einfach viel zu viel gespielt gehabt. Ich hab erstmal wieder versucht, irgendwie eine Aufgabe zu machen. Und da... Die hast du auch nicht geschafft. Auf einmal aufgenommen. Nee, ich hab einfach angefangen. Ich hab dann gesehen, wo da liegt eine Leiche abgebrochen. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine längere Voting. Ja, auf jeden Fall. Ich bin dreist uns schlecht. Ähm... Und ich weiß... Wer war denn im... Sauerstoff-Bereich links? Oder... Ja doch, Sauerstoff... Ich hör das. Wer war das? Ich will jetzt mal Nina kicken, weil Nina ist auf jeden Fall böse. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich bin vor dir weggelaufen, weil ich Angst hatte, dass ich gleich umgebracht werde. Da war vielleicht noch jemand da, aber ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall da bei Nick. Also es gibt jetzt unten links die Möglichkeit den Vote zu skippen. Wer ist denn noch... Wer ist denn alles nach rechts gelaufen? Das ist jetzt mal die Frage. Also ich hab... Ich war in den Camps, da hab ich auf jeden Fall den Flo auf der rechten Seite gesehen. Der war da. Die Nina hab ich da auf jeden Fall auch gesehen. Und die Nils halt auch. Also die drei auf jeden Fall hab ich... Ich war nicht rechts. Warte, klar. Ich bin nicht so schlau, dass ich mich selbst reporten würde. Aha, ich denke... Wenn wir drei unten geskippt haben, ist Nils jetzt am Leben. Okay... Okay... Wir müssen rausfinden, wer der Mörder ist. Was ist Licht? Achso, gut. Ich hab ne Frage, die ist unabhängig davon. Und zwar... Wissen die beiden Mörder voneinander... Wo ist denn? Wo ist denn überhaupt die Leiche? Ja, keine Ahnung. Wir wissen dieses Licht, ja. Aber wir dürfen nicht mehr reden. Achso. Okay. Auch gut. Die Leiche ist weg, von dem die reportet wurde. Hm. Ich habe nicht überbeiget. Ja, ich kann das jetzt ein. Ich bin ja so sehr gut verstanden. Ich habe nicht überbeiget. Ja, das ist ein. Ich kann es auch nicht übernehmen. Aber wir werden doch ganz oder so schön geschickt. Müssen wir halt innerhalb von 20 Sekunden den Reaktor da wieder reparieren sonst haben die gewonnen passiert hat schon jemand in der navigation und hin beziehungsweise ja genau ganz communications ist ganz unten genau ganz was ich sagen muss als alle zum reaktor gelaufen sind ist der nils abgebogen in die die lichtingsbums electric dings ja das war ein klatsch der nils verläuften sich fehlern mit wem habe ich die gefickt den gefixt den reaktor wer war da noch mit mir genau wie haben wir da noch drinnen ja ich war ich bin da hingelaufen dann habe ich auch ich habe die ganze zeit die map offen da habe ich mich verlaufen dann war ich der elektrik dann habe ich gesehen aus vorbei dann bin ich jetzt wieder zurück zum atmen hast ja schon ein paar mal gezockt so ist doch die ganze zeit die map offen haben oder ich darf verlaufen ich habe keine ahnung von diesem spiel also hast du denn irgendwer noch gesehen in der nähe oder so ich bin ich war eigentlich relativ safe die ganze zeit also ich kam aus dem cockpit vorne raus bin dann runtergelaufen da habe ich die leiche gefunden habe und mir kam der ali auf jeden fall entgegen ich habe zwei tag oben in diesem der kam aber auch von unten also die leichte sieht man nicht direkt wenn man da also man muss da schon irgendwie in die richtung laufen das haben dann sieht man die eigentlich eine sache ali hat nichts gesagt und die hesse saarländer also ich glaube es ist der nils ganz kurz also ich bin hesse und wir verwenden weniger fleischwurst und hat denn irgendeiner okay ich bin jetzt gegen mich dann ist sie jetzt sauer wir sind noch nicht nur wir sind jetzt muten Ich hatte gerade richtig Angst, dass der Ali mich killt. Ich hatte nichts damit zu tun. Achso, weil wir jetzt noch zwei waren und wir noch zwei haben lieb. Ja, der hat ja richtig schnell abgeräumt. Ja, das war echt stark. Ich hab alle gekillt, glaube ich. Ich hab die letzten gemacht, ja. Ich hab gerade noch Nina auch gekillt am Ende, dann war das ungefähr gleichzeitig. Ach krass, dann haben wir die quasi Doppelkiller. Wir zwei haben noch gelebt, Ali, und ich bin gerade vor Ali weggelaufen. Ich hatte immer noch Tasks in dem Scheißraum. Ich auch. Weil man wird so paranoid. Ja, wir sollten den Killtimer vielleicht noch ein bisschen hoch halten. Ja, das war schon, äh... Krass, dass nie jemand was gesehen hat von euch. Ja, stimmt. Sieht man das? Sieht man das?